Leise riecht der Schnee in dem Klassenraum der CC. Es zieht hier wie Hechtsumme rein, aber es muss sein. Lasst uns froh und am Mundschutz sein und uns recht voll am Herzen freu'n. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist unser Impfstoff da, bald ist unser Impfstoff da. Komme, lege, 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 Männer und Frauen, doch nur aus zwei Haushalten darf der Beuch zusammentrauen. Onkel und Tante und all die Verwandten dürfen nicht einreisen, wir wollen dich kreisen, wir oben sei da. Halleluja!